dp audiobooks präsentiert das letzte schweigen agent victoria henselin ermittelt geschrieben von jennifer ruff gelesen von silke buchholz wir wünschen viel freude beim hören kapitel 1 im dunklen moderigen wald hinter dem hotel sonesta rissen heftige windböen brüchige zweige ab und best dellingers zitternde hand umklammerte die 9 mm glock noch fester als sie den abzug drückte zerbrach etwas in einem hinteren winkel ihres gehirns zwei schreckliche dinge geschahen gleichzeitig ein mord das ende eines lebens und der unausweichliche neuanfang eines anderen lebens wuchernde dornbüsche zerkratzten ihre haut während sie mit lautpochendem herzen den schmalen waldweg zum parkplatz hinunter rannte ein einziger instinktiver gedanke trieb sie an bloß weg keuchen zählte sie jeden vierten eiligen schritt 4 8 12 16 20 24 28 32 sie rutschte auf der böschung am waldrand aus und ihre nackten füße glitten unter ihr weg sie ruderte wild mit den armen fiel mit einem dumpfen schlag hin und rutschte den glitschigen erdboden hinunter der schlamm verschmierte die rückseite ihrer nackten beine und setzte sich in winzigen kratzern fest sie kroch mühsam hoch warf einen blick über die schulter stolperte und lief weiter der raue asphalt des parkplatzes war mit kieselsteinen und bierkronen übersät eine glasscherbe schnitt in die kante ihres schmutzverkrusteten fußes sie spürte den schmerz noch nicht in der nähe raste ein zug mit ohrenbetäubendem lärm vorbei und ließ das blut in ihren ohren noch lauter pochen 4 8 12 16 20 24 28 32 erst als sie ihr auto erreicht hatte bemerkte sie den lippenstift in ihrer hand und starrte ihn verwundert an sie hatte keine ahnung wie er dahin gelangt war heftig schaudernd drehte sie sich um und schleuderte ihn zurück in richtung wald als hätte sie eine heiße kohle in der hand sie suchte den schlüsselbund entriegelte die tür riss sie auf und ließ sich auf den fahrersitz des wagens fallen dann warf sie ihre handtasche auf den beifahrersitz und rang nach luft ihre hände umklammerten das lenkrad während sie durch die windschutzscheibe starrte ohne etwas wahrzunehmen woran konnte sie sich noch erinnern an die flucht aus dem hotel an eine hübsche frau die ihr die hintertür aufhielt sie erinnerte sich daran geschrien zu haben und an den plötzlichen brennenden schmerz in ihrer wange an nichts anderes was war als nächstes passiert sie wusste nur dass sie irgendetwas schreckliches getan hatte etwas was sie nicht rückgängig machen konnte hatte jemand sie beobachtet sie sackte auf dem sitz zusammen ließ den kopf hängen und bedeckte das gesicht mit den verdreckten händen als sie die wunde am auge berührte zuckte sie zusammen ihren händen entströmte ein verbrannter geruch der geruch abgefeuerter schüsse blut zwei vier sechs acht zehn zwölf vierzehn ein plötzliches geräusch ließ sie zusammenzucken Beth, Beth, Beth was soll ich jetzt mit dir machen Danny beugte sich zum Fenster herunter seine blutunterlaufenden Augen starrten sie auf Augenhöhe an Beth schüttelte den Kopf kniff die Augen zusammen und biss sich auf die Unterlippe ein Schauder lief ihr über den Rücken als sie die Augen wieder öffnete starrte er sie immer noch durchdringend an er schlug mit der Faust gegen das Glas mach das Fenster auf sie schaltete die Zündung ein und ließ das Fenster halb herunter er sah sie finster an während ihre keuchenden Atemzüge ihr die Brust zusammenschnürten bist du jetzt zufrieden? er schlug mit der Hand auf das Dach des Autos was du gerade getan hast ist noch viel schlimmer als einer deiner kleinen Identitätsdiebstähle vielleicht kommst du damit nicht mehr durch dieses Mal wirst du wohl echt für das bezahlen, was du getan hast zum Beispiel den Rest deines langen Lebens im Knast verbringen Beth umklammerte den Kragen ihrer Bluse und hielt sich daran fest sie haben dich gesehen das ist dir doch klar, oder? sein rauer Flüsterton machte seine Worte noch beängstigender sie wollte nicht antworten sie wollte dieses Gespräch nicht führen aber sie konnte nicht anders sie musste unbedingt wissen, was er meinte in ihrem Hals hatte sich ein dicker Kloß gebildet das Schlucken fiel ihr schwer und sie wich noch weiter vom Fenster zurück wer hat mich gesehen? sie alle sie alle haben dich gesehen er machte eine ausladende Geste in Richtung der Fenster auf der Rückseite des Hotels Sonesta die meisten Fenster wirkten wie große geschwärzte Quadrate aus einigen schimmerte Licht an den Rändern der Jalousien nein, sie können nichts gesehen haben ihre Stimme zitterte ihre Augen suchten die Fenster nach einem Schatten oder einer flackernden Bewegung einem Lebenszeichen hinter der Jalousie ab was hatten sie gesehen? er biss die Zähne zusammen doch, haben sie! jedes Wort war wie eine Ohrfeige die durch die Luft flog und ihr ins Gesicht schlug er verlagerte das Gewicht beugte sich immer noch zum Autofenster herunter und wirkte größer als er tatsächlich war sie wissen es weil du gebrüllt hast wie eine wie eine sein Gesicht lief rot an ein großer Wortschatz war noch nie seine Stärke gewesen wie eine total bekloppte Irre du weißt was du jetzt zu tun hast, oder? sie starrte aus dem Fenster den Blick von ihm abgewandt sicher hatte er jetzt sein sadistisches Grinsen im Gesicht du musst dich jetzt auch um sie kümmern bevor sie dich verraten wieder raste ihr Herz wie mich um sie kümmern was kapierst du nicht also für jemanden der sich für so schlau hält Beth zuckte zusammen mit hängenden Schultern blickte sie durch die Windschutzscheibe auf das gespenstische Hotel schon beim Einchecken hat es ihr nicht sonderlich gefallen es bestand nur aus düsteren Winkeln und hässlichem Teppichboden nun glaubte sie dass keiner sie gesehen hatte aber anscheinend war sie doch beobachtet worden schon seit langem seit kurz nach ihren Flitterwochen war Danny ihr gegen wenn er eine seiner Launen hatte verletzte seine brutale Ehrlichkeit Worte, die auf ihrer Seele brannten sie mehr als jeder Tritt und jede Ohrfeige der einst charmante Mann der ihr das Gefühl gegeben hatte etwas Besonderes zu sein war längst verschwunden dennoch glaubte sie nicht dass er sie jemals direkt angelogen hatte zumindest nicht ins Gesicht wie ich sehe hast du immer noch meinen Revolver und weißt offensichtlich wie man ihn benutzt lachend warf er den Kopf zurück sie schaute auf den braunen Metallgriff dessen Kante in der oberen Ecke ihrer Handtasche sichtbar war wieder lief ihr ein Schauer über den Rücken Danny spuckte auf den Boden nee, du hast keine Wahl es sei denn, du hast eine bessere Idee worauf ich lieber nicht wetten würde und tu es um Himmels Willen nicht hier warte bis sie weg sind sonst bringst du die Polizei direkt auf unsere Spur aber wenn ich es nicht hier mache wie soll ich sie dann finden flüsterte sie er lachte ein irres, verrücktes Gelächter schalte dein Hirn ein du bist doch die erfahrene Hackerin also, überleg dir was sie ballte die Fäuste und versuchte nachzudenken er schlug auf das Autodach sie zuckte zusammen ich muss dir wohl alles vorkauen, wie? wenn ich so unerträglich unfähig bin wie kommt es dann dass meine Hackeraufträge unser ganzes Leben finanzieren unsere Wohnung diesen Urlaub dein neues Unternehmen mit seinen vielen Ausgaben und keinen Einnahmen sie drückte auf den elektrischen Fensterheber ließ die Glasscheibe hochfahren und sagte lass mich in Ruhe nachdenken dann kniff sie die Augen zusammen und hielt sich die Ohren zu wieder fuhr ein Zug donnernd vorbei und übertönte alles was Danny sonst noch gesagt haben mochte was soll ich tun was soll ich bloß machen und dann nachdem sie einmal tief durchgeatmet hatte fiel ihr eine andere Wahl ein was will ich tun eines wusste sie ganz sicher die Aussicht auf eine Gefängnisstrafe versetzte sie in Panik aber war sie tough genug? wie stark müsste sie dafür sein? sie richtete sich auf ihrem Sitz auf und warf noch einen Blick auf die Waffe sie würde es tun sie würde es ihm ein für allemal zeigen und was noch wichtiger war sie würde es sich zeigen sie ließ sich nicht länger herumkommandieren sie ließ sich nicht länger überraschen nie mehr dann Ideally will es sich wieder behalbe geschehe für die Vorsammeldung bildet und Vielen Dank.